Heute für euch 5 Dinge, die die Buchleser, aber nicht die Filmzuschauer über Severus Snape wissen werden. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Harry Potter Bücher, die Harry Potter Filme und keinen geringeren als Severus Snape sprechen. Genauer gesagt werden wir uns Snapes Charakter ansehen und einige wenige bekannte Fakten enthüllen, die nur die Buchleser kennen. Richtig, die Filme haben so einiges ausgelassen. Wenn du die Bücher nicht gelesen hast, solltest du a. dieses Video weiter ansehen und b. die komplette Harry Potter Buchreihe Kaufmoder ausleihen und sofort mit dem Lesen beginnen. Das erste, was ziemlich erwähnenswert ist, ist, dass Snape im Buch und im Film unterschiedlich dargestellt wird. Nicht nur in seinen Handlungen, sondern auch in seinem Auftreten. Sein Charakter ist in gewisser Weise ähnlich, hat aber einen anderen Unterton. Die Darstellung von Alan Rickman war hervorragend und für mich eine der besten schauspielerischen Leistungen in einer Rolle überhaupt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Filme sich keine Freiheiten genommen haben. Der Snape aus den Büchern war arrogant, apathisch und schien keinen moralischen Kompass zu haben. Er zeigte eine eklatante Bevorzugung der Schüler seines Hauses, Slytherin. Schikanierte andere Schüler und zeigte kaum Anzeichen dafür, dass ihm andere Menschenleben etwas bedeuteten. Er war ein rachsüchtiger und grausamer Mann, der seine Gefühle oft in Form von Wutausbrüchen äußerte. Der Film Snape war manchmal ein wenig beängstigend und streng, aber insgesamt nicht annähernd so schlimm wie Snape in den Büchern. Der Film Snape hat auch Schüler schikaniert, aber es wurde auf ein viel gemäßigteres Niveau reduziert. Außerdem hatte er seine Gefühle viel besser unter Kontrolle. Er war kontrolliert, grüblerisch und berechnend, anstatt nach außen hin emotional und rachsüchtig zu sein. Trotz allem gibt es einige Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Erstens ist Snape in den Filmen viel weniger präsent als in den Büchern. Die Filme sind stark komprimiert und aus diesem Grund ist die Highlight-Rolle von Snape, die wir zu sehen bekommen, nicht unbedingt ein Hinweis auf sein wahres Wesen. Außerdem sind die Bücher viel mehr aus der Sicht von Harry geschrieben, der natürlich stark auf Snape fixiert ist. Die Betrachtung von Snape durch die Linse von Harry könnte daher sein wahres Ausmaß übertrieben haben. Vielleicht vermittelt der Film Snape einen besseren, unvoreingenommeneren Eindruck davon, wie Severus Snape eigentlich wirklich war. Eines ist jedoch sicher. Die Kinobesucher sind sicherlich nachsichtiger gegenüber Snape als die Buchleser, da sie nicht mit dem dunkleren Snape konfrontiert wurden, an den andere gewöhnt waren. Als Snapes wahre Beweggründe im letzten Buch und im Film enthüllt wurden, hatte sich die Filmversion in gewisser Weise selbst gerechtfertigt, wohingegen der Buch-Snape möglicherweise dieser Rechtfertigung nicht würdig war. Vor diesem Hintergrund möchte ich fünf Dinge besprechen, die die Kinobesucher oder die Filmschauer generell über den Snape aus den Büchern nicht kennen. Fünf Aktionen, die er unternommen hat oder Dinge, an denen er beteiligt war, die in den Filmen komplett weggelassen wurden. Also lasst uns direkt loslegen. Nummer 1 James Potter rettete Severus Snape das Leben Es dürfte niemanden überraschen, dass Snape und Harrys Vater James nicht miteinander auskamen. Sie waren sogar die größten Feinde in der Schulzeit. Rivalen, die um das Herz von Lily Evans buhlten. In der Schule war James furchtbar zu Snape, genau wie die anderen Rumtreiber. Snape wurde gemobbt, weil er anders war und war deshalb ein ständiges Ziel für die Rumtreiber. In den Filmen wird Snapes Beziehung zu James behandelt, aber sie vernachlässigen die Tatsache, dass James Snape einmal das Leben gerettet hat. Eines Tages, als Snape schikaniert wurde, gerieten die Rumtreiber außer Kontrolle und brachten Snape in Lebensgefahr. Als James erkannte, dass der Streich aus dem Ruder lief, rettete er schließlich Snapes Leben. Snape sah dies jedoch nicht als Heldentum an, sondern dachte, James habe nur auf sich selbst geachtet, um nicht bestraft zu werden. Nummer 2 Snape erzählte Voldemort von der Prophezeiung Die Prophezeiung, um die es hier geht, wurde natürlich von Sybil Trelawney 1980 in der Kneipe in Hogsmeade vorausgesagt. Wir kennen Sybil als Professorin für Wahrsagerei in Hogwarts und wir wissen, dass sie eine Reihe von erfolgreichen Vorhersagen gemacht hat, wie die Flucht von Pettigrew und die Rückkehr von Voldemort. Während ihres Vorstellungsgespräches mit Dumbledore verlief Sybil plötzlich in Trance und sprach von der berühmten Prophezeiung, die erklärt, dass Voldemort besiegt werden würde. In Harry Potter und der Ordnung des Königs erwähnt Dumbledore gegenüber Harry, dass ein Spion Sybil Trelawneys Vorhersage belauscht und die Informationen an Voldemort weitergegeben hat. Dieser Spion war Severus Snape, der damals ein loyaler Todesser war und hoffte, bei Voldemort Pluspunkte zu sammeln. Sein größter Fehler war jedoch, dass er die Verbindung zwischen der Prophezeiung und Lily Evans Leben nicht erkannte. Nummer 3 Snape ist verantwortlich dafür, dass Lupin seinen Job verloren hat. Im Gefangenen von Azkaban bekommt Hogwarts wieder einmal einen neuen Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dieses Mal ist es jemand mit engen persönlichen Beziehungen zu Harry, Remus Lupin. Remus wurde als Zauberer geboren, jedoch später im Leben zum Werwolf, nachdem er von dem berüchtigten Werwolf Fenrir Greyback gebissen wurde. Da Werwölfen in der Zaubererwelt ein großes Stigma anhaftet, versuchten Remus und seine Freunde stets, seinen Werwolf-Status geheim zu halten. Am Ende des Schuljahres im Film Der Gefangene von Azkaban sieht man Remus beim Zusammenpacken seines Schreibtisches. Er erklärt Harry, dass sein Status als Werwolf bekannt geworden sei und Hogwarts mit wütenden Nachrichten von Eltern überschwemmt wurde, die mit der Situation unzufrieden waren. Deshalb musste Remus seinen Job aufgeben. Im Buch jedoch ist es eigentlich Snape, der dafür verantwortlich ist, dass Remus seine Stelle verlor. Snape verachtete Remus und wollte, dass er Hogwarts verlässt, weshalb er den Schülern von Remus Geheimnis erzählte. Nummer 4 Snape schützt Harry vor Umbridge Im Orden des Phönix hatte Dolores Umbridge Hogwarts praktisch übernommen. Sie begann als die neue Professorin für Verteidigung gegen die dunklen Künste und stieg schnell zur Oberinquisitorin von Hogwarts und schließlich auch zur Schulleiterin auf. Während ihrer Leitung missbrauchte sie ihre Macht und führte zahlreiche Regeln ein, um die Schüler zu unterdrücken. Umbridge, die sich Harrys Eskapaden sehr wohl bewusst war, forderte ihn ständig heraus und befragte ihn in der Hoffnung, Informationen über Dumbledore, der jetzt auf freiem Fuß war, und Sirius zu erhalten. Um diese Informationen aus Harry herauszubekommen, verlangt Umbridge von Snape einen Wahrheitstrank, auch genannt Veritaserum, in der Hoffnung, dass Harry alles preisgibt, was er über den Orden des Phönix weiß. Was die Filmzuschauer jedoch nicht wissen, ist, dass Snape Umbridge tatsächlich ein gefälschtes Serum gibt. Dies wird später von Dumbledore bestätigt, als er sich an Harry wendet. Er war es auch, der Professor Umbridge gefälschtes Veritaserum gegeben hat, als sie versucht hat, dich zu zwingen, den Aufenthaltsort von Sirius zu verraten. Und Nummer 5 Snape überbrachte die Nachricht, dass Sirius Black gefangen genommen worden war Anknüpfend an den letzten Punkt versucht Harry, als er von Umbridge gefangen genommen wird, Snape zu sagen, dass Voldemort Sirius in der Mysteriumsalbteilung gefangen hält. Auf diese Bemerkung hin spielte Snape den Ahnungslosen und ignoriert im Wesentlichen, was Harry ihm gerade gesagt hat. Im Film wird nie wirklich geklärt, ob Snape die Nachricht weitergegeben hat oder nicht. Aber im Buch stellt Dumbledore später klar, dass Snape die Nachricht tatsächlich weitergegeben hat, weshalb der Orden des Phönix auftauchte, um Harry und seine Freunde zu retten. Wir können mitigten Verrägenden wie es dann alles zu spätsel. Vielen Dank.